Musik 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 Ok, bonjour Sorge, wir sind in Frankreich Musik Geil Und da wollte ich noch nie gehen Wow, schau mal, dieser Geil Wie schauen die Map aus? Geil, oder? Ja, pass mal auf Was können wir denn noch machen? Musik Musik Ja, pass mal auf Musik Der Hubertus muss auf jeden Fall die Einheimischen interviewen Wow Das ist die Pension Geil Wie schaut das nochmal aus? Respekt, sagt er's, mündlich Ja, so mal Jetzt fahren wir nach Frankreich und sie dann lesen Ja, spinnt sie's Hm Der White Pie Ja, so mal Ihr seid aber keine Franzosen Zappenor Google Wibberwitz Abenteuer Toffel Pass auf Sie sucht ihr Abenteuer und der Hubertus Der Danheimischen interviewen Aber nicht denn da Baby geh da Frösche als Haustiere Oh Gott Jetzt muss ich Frösche fahren Ja, wo drehe wie derf Wo kriegt er nie einen Frosch her? Da ist er, hm? Da ist er, hm? Schwimmen Wirst du dich? Die Lou Ein Museum besuchen Den machen wir Ein Lied lernen Ja, bloß nicht Der Maike tut eh schon singen Jetzt werden wir mal ein paar Einheimische suchen Für ein Interview Vielleicht da vorne Schaut denn du aus Achso, verstehe Ausgestorben Keine alte Sau Da Interview Achso Gehen wir da um Einen Frosch Einen Frosch Wo geht denn her? Ein Frosch Wo geht denn her? Soll ich diesen Frosch Soll ich diesen Frosch angeln oder wie? Weiß kein Schwein, gell? Was möchte ich das Nektarium besuchen? Nektarium Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Wunderner Das ist ein Wunderner Alexis, Relikte Da gehen wir mal hier Nektarium Ach, das ist drüben Seck das Blumenweg 1 Da schau ich gleich vorbei Ja, so mein Jetzt siehst du immer nur da drin hat Die der Fall ist sau Hey, komm da Was ist das? Mit dem Roller Wo ist denn hier? Ja, warte mal Warte, bleib da Oh Etwas Ein war schon echter Franzose Ah, das war schon, sieht das? Ein Interview und die Aufgabe ist abgeschlossen Ja, was tun sie? Ja, so mein Ja, so mein Kannst du nicht gerne, ha? Da schauen wir mal, dieser Eine Pfundgrube Jetzt schauen wir mal, was der Typ hat Was ist denn das letzte Ding? Was tun wir mit dem? Eine Schüssel Geh, kannst du mal Es ist zwar ein bisschen teuer, aber scheiße, gell? Seck das Der geht schon mal Und Promibonus, seck das Ich zähl grad 669 Hat dich gelohnt Und jetzt werde ich mal da hinten fahren Und jetzt werde ich mal da hinten fahren Warte mal Museum Hau mal durch La Galeria Ey, die Motorbine Ich fahrt wieder mit dem Muppe durch die Gegend Nektarium Ja, wo stehen die da her? Schnaps oder wie? Das ist eine Schnapsbrennerei Schaut das aus, gell? Schaut das aus, gell? Der Albert Der Sohme, die machen mich alle an Die Schwänne ist Die haben alle schmutzige Gedanken Mit der Kuckerei 15 Zufügen Ich hab hier nichts Hätte daß nichts dabei Ich geb' ihm Röhm Hier einen Karotten-Schnaps Ja, beißt Merv. Was hat denn das Angebot? Nektar. Lauter Wein, ha? Das ist der teuerste. Eine Nektarpresse. Geil. Dann könnte man meinen eigenen Schnaps machen. Nektar, Apfel. Ne, probiere ich mal. Apfel, Wein. Nektar. Nektar servieren. Geht noch nichts. Dann sauf ihr los. Jetzt werde ich mal dieses Ding ausprobieren. Mal schauen, was das kann. Nektarpresse. Nein, das geht nicht. Scheiße. Jetzt hätte ich mal, ich kann mir einen Schnaps machen. Ausgebe ich rum. Was gibt's denn da unten? Hey, was ist denn das da? Der Folterkeller. Ah, da ist er her. Eine Bar. Ja, was ist denn das da? Durchnest werden oder erkunden? Machen wir beides. Aber ich würde mal sagen, so eine Nektarpresse könnte man's kaufen, oder? Für daheim. Meine Schutnik. Was ist denn der Hubertus? Ah, verstehe. Er schaut's ins Studio. Ja so, was haben denn die aus? Und da geht's jedenfalls oben. Wow. Durch die Tür gehen. Ich schau mal obi. Vielleicht finde ich einen Schatz. Fähigkeit schreiben lernen. Das braucht ihr nicht. Der wird doch Sportler, oder? Das würde ich sagen. Was ist denn jetzt? Ach, da haben wir noch mehrere Schöne. Und die kann da alleine kaufen. Pass auf. Die kaufen nämlich die Nektarpresse. 4500. Scheiße. Das mal will ich keinen Rabatt gekriegt. Wobei. Wieder mal sagt das. 4,938. Oh, schon passt. Jetzt kann ich nämlich dann daheim Nektar erstellen. Also kurz gesagt Schnapsbrenner. Weintrauben. Scherimola-Weintrauben. Oh. Das ist was Besonderes. Ja, warte mal. Die tun wir ernten. Die können wir dann daheim abpflanzen. Räucherwerkhalter. Die brauchen wir nicht. Versuch mal. Die tropft für die Sau. Oh, schön. El Kranco. Oh. Jetzt liegt er los. Der Hubertus. Im Museum drin ist. Ein bisschen Geld machen. Muss auch sein. Chantal. Oh. Was ist das? Chantal die 13. Ja, stehst du. Ich bin da, oder? Vielen Dank.